Ich habe jetzt mal vor, mehrere Adventure-Maps zu spielen. Ja, und da habe ich mir diesmal wieder mal eine Adventure-Map aus Mitmachcraft ausgesucht. Und zwar Challengecraft. Ja, willkommen zu Challengecraft Version 1.1. Es gelten die Mitmachcraft-Regeln und das Score-System. Schwierigkeitsgrad mindestens auf einfach stellen. Habe ich Peaceful. Glowstone ist Hidden Score. Kies markiert ein Tor. Es sind viele Zusatzwaffen zu finden, die dir helfen. Geh erstmal in die Höhle und wähle eine Klasse aus. Scheiter immer auf Bedrock setzen. Nichts abbauen. Okay, ja, Höhle, Höhle, Höhle. Ah, da. Höhle, Höhle, Höhle. Achso, da. Da muss ich lang. Ja. Höhle, 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 Höhle. Höhle, ab in die Höhle. Höhle, ab in die Höhle. Erstmal ein bisschen Licht setzen. Wir gehen ab in die Höhle. Juhu. Oh, ein Hund. Hallo, Süßer. Hallo, du Hund. Hund. Ah, 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 ah. Ah, ist mir der Hund entlaufen. Ah, ah, egal. Der ist ja nur ein Hund. Wähle eine Kiste aus und nimm den ganzen Inhalt. Danach finde einen Ort für den Schalter und fliehe. Oh, ich muss fliehen. Oh, was macht denn der Hundi da? Boah, geh wieder in deinen Dingen, da. Da, rein, da. Rein, äh, rein. Geh. Ach, ist doch egal. Dann halt nicht. Starker Angriff, wenig Schutz. Starker Angriff ist gut. Was ist denn? Diamond Sword. Naja, Lida. Mh. Naja, okay. Fernkampf, schnell, wenig Schutz. Äh, Fernkampf. Ich will beides sagen. Ich will nicht nur Fernkampf. Ähm, was ist das? Schon ausgeglichen im Schutz, wie auch im Angriff. Äh, ja, das hat sich gut an. Hm. Viel Schutz, wenig Stärke. Naja. Was nehmen wir denn da? Starker Angriff, jeder schneller Zerfang. Starker, ah, naja. Nee, Gold will ich nicht. Ach, was ist denn da? Äh, hm. Ich weiß. Nee. Ich nehm, ich nehm das hier. Ausgeglichen. Ja, wir gleichen das doch mal aus. So, ja. Ah, was? Boah, Hund. Boah, bell mich nicht an, ey. Ich bell zurück. Wuff, wuff. Ah, du Hund. Der Hund ist mir ja entlaufen. Hm. Ja, leider. So, da der Schwert. Bucket of Milk. Wer braucht denn schon ein Bucket of Milk? Tortures, you are set, obsidian. Ah, da, da gehört der Hund jetzt zu. Hm, ja, da ist der Hund Knochen. Das sind Knochen. Ja, und ich hab den Hund jetzt freigelassen. Auch bin ich nicht gemein. Ja, da bin ich. So, Rüstung, 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 Rüstung. Instant Damage, Instant Heal. Ah, dann ist gut. Hm. Snowball. Damit können wir unsere Gegner wegsnowballen. Das ist auch gut. So. Weiter. Geht's. Anverlassen wir erst mal diese Höhle, 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 Höhle. Hund. Boah, Hund. Ich schlag dich. Aua. Oh, nee. Der, der greift ja jetzt mich an. Scheiß. Tschüss. Warte, tschüss, Hund. Ich will dich nicht töten. Ich will dich nicht töten. Nein. Der Hund. Ey, dann töt ich dich. Tschüss. Ich hab jetzt einfach mal den Hund getötet. Ja, wenn er, wenn er meint, mich töten zu wollen, mich kann keiner töten. Ja. Das kann auch nicht mal so ein blöder Hund. Auch wenn er noch so süß ist. So. Einfach mal den Hebel umlegen. Und da ist ja auch noch einer. Und dann gucken wir einfach mal, ob sie das Tor geöffnet hat. Ja, es hat sich geöffnet. Juhu. 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 Äh, ja. Die beiden Leitern sind in den Dungeons rechts und links. Oh, da muss ich wieder in den Dungeon. Verlorene Seelen weisen den Weg. Lava Dungeon. Eine Leiter ist hier. Oh, nee. Ich will nicht in den Dungeon. Äh. Muss ich jetzt hier runter? Nein. Nein. Ich will da nicht runter. Nein. Hm. Ah, da. So. Äh. So, ich hol mal eben alles hier raus. Glowstone Torch. Ja. Oh, hier ist dunkel. Super tolle fröhliche Spaßkiste. Da, oh, Spaß. Ja, der Fisch bringt mir keinen Spaß. Von daher ist halt kein Spaß hier. So, dann gehe ich wieder raus hier. Raus hier. Wo geht's denn? Ah, da. Bevor ich hier noch verrecke, schau mal, ich bin eine Kiste. Ja, ich weiß, dass du eine Kiste bist. Ah, auch ein Glowstone. Ah, auch ein Glowstone. Das ist aus dem Bräuch auch nicht unbedingt. Ja, wo man sich denn jetzt heißt, äh, ah, da. Oh, hier ist, ist jetzt nicht eigentlich gegangen. Ah, ich sehe, ich habe wieder Lichtanschläge, ach so. Ja, wo man sich denn... Letzten, nee, peaceful ist doch... Nee, easy, oh. Ich habe vergessen, easy zu stellen. Die Monster anzumachen. Na, äh, hat mich auch gewundert. Ah, da ist doch der erste, ah. Oha. Boah, hat der mich erschrocken. Also, ich dachte schon, was steht denn da jetzt für ein schwarzer Mann vor mir? Aber es war ein Monster. Monster. Ah, ah. Raus hier. Raus. So, schnell hier weg, hier weg. Raus, 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 raus. So, Stufen hoch und endlich draußen. Juhu. Ab in die Freiheit. Juhu, ich habe es geschafft. So, oh, nee, jetzt muss ich nur in den Wasser-Dungeon. Eine Leiter ist hier. Äh. Oh. Oh, bin ich. Ach, das ist klar. Ja. Ja. Da von Pater durchgehen. Da durch. Oh, ich höre was. Ich höre was. Ah, ha, ha, ha. Nein, ich höre. Warte. Tschüss. Ah, ah, ha. Ah, ah. Ah, scheiß. Wir töten nicht so einfach mal. Na, hm. So, man sich geht. Zähne, Anna. Äh, Feuer und Flamme für dich. Feuern. Warte, ich sitze erst mal Licht. Schön nicht. Licht, ich brauche Licht. Ich brauche Licht. Ich brauche Licht. Ohne Licht geht gar nichts. Oh, da unten ist schon wieder ein. Zombie. Zombie. Juhu. Kao Web. Wozu brauche ich die überhaupt? Ja, ich möchte auch eh keine Leute einspinnen. Goldsword. Feieraspec. Boah, die macht mir Angst. Äh. Die machen mir Angst. nix naja Prozent die macht mehr angst angst wie ich jetzt runter ich will ja nicht ich will nicht runter aber ich muss ich muss hier runter kommen und die darunter dann ist da nicht kommen hier einigermaßen runter ohne gerade in die morgens da zu laufen sich direkt da reingegangen da da Auer 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 Hilfe Scheiß mein aber das noch einer Auer 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 tun sie mir nicht weh Schnau Auer ich mache nom 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 machen lecker Brot lecker 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 Brot A Scheiß mein Gott Auer Aker du bist auch schon und du voll elxt ein sie hat deinen Tod für sich aussehen Auer oder sind so viele Monster ich will nicht drunter das schon da einer ist gespawnt so unfair das ist und 4 Prozent die wählen und du ich ich will nur du ich sorry 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 Auer Hilfe Hilfe A A Prozent die Euro was ich bin ein ich bin ein Spieler ich will hier raus Schnau Auer Auer tut mir nicht weh schnitzend Auer die tust mir nicht weh kraft auf du bist und es die die du tust mir auch weh und da unten ist soviel wo ist denn da eine kiste I need only need a chest I need a chest aber wie soll ich hier vernünftig hier ja hier gucken oder ja ja hier ist mir immer achten monstern in bar alt und da ist gleich der nächste skelett ja Prozent ich bin auch brav hallo ich bin brav hierher ich tötete dich nur wenn du mich tötest und das willst du deswegen tötete ich dich so 8 aber wie immer die die röbeler schnell will er auch wenn man nicht in da da muss ich doch da ist die kiste da ist die kiste da und da unten ist noch irgendwas da ist die kiste Kau er an Leiter Kau Web Kau Web komm wir sammeln dich einfach ein äh wenn hier jetzt gleich ein Creeper von mir explodiert ey dann bin ich schon mal ganz Kau Web schon wieder wozu brauche ich die ich weiß es nicht achten aber wir nehmen die Vorsichtshalber mal alle mit ach alles hier alles mal mitnehmen schadet ja nie hier also ich sag mal immer mitnehmen kann man immer solange ich Platz habe so war da nicht da unten noch irgendwas ah ne da war nur eine Feuchte gut dann gehen wir wieder raus ja wir gehen raus hm kommen wir denn hier raus einfach mal nach oben ich will da oben ja da oben ist schön ja okay warte bin ich jetzt zu weit oben jetzt bin ich zu weit oben hier ne hier ich glaube hier war diese Ebene wo ich den Ausgang finden kann und da ist ein Zombie oh komm her Zombie ich will ihnen nur mal mein Messer in ihr Herz rammen ne hallo geh doch tot ähm ich hab das ganze Zeit das eine Ding da äh attackiert ich will sie doch nur töten von daher lassen sie mich bitte in Ruhe wir gehen ja auch schon raus oh ne es ist nacht es ist nacht scheiße ich hasse die ah oder es ist nacht äh ja geht so glaub ich ja okay weiter geht's